Hallo meine Lieben, heute zu einem neuen Video auf MSP. Ja, äh, einfach, ja. Ich wollte euch sagen, wegen das eine Video, was ich wegen Rocky Pinky gesagt habe, ähm, sie hat mir ja eigentlich geschrieben, dass, ähm, ob ich, ähm, ob sie jemanden, ob, äh, ob sie den zwei waschenken sollen. Und ich hab den Kommentar halt gelesen. Und jetzt, wenn du mein Video guckst, äh, sag ich jetzt, ja, du kannst den waschenken, wenn du willst. Äh, ja. Ich hätte ja gesagt, ähm, sie hat MSP und ja. Also, ja. Jetzt, äh, ja. Letztens im Video bin ich ja, ähm, Level 12 geworden und ja. Und deswegen... Jetzt soll ich dich hacken. Jetzt hab ich, ähm, Ich weiß nicht, was das war, ähm, aber, ja. Das war bestimmt eine Farge, weil, die weiß ja überhaupt nicht mal mein Passwort, also egal. Ja, und, ja. Ähm. Dann sag ich einfach jetzt weiter, ähm, weil ich ja, ähm, Level 12 letztes Video gewonnen bin. Ähm, da war ja, ähm, so ein Zeugs, und so ein Zeugs, und so ein Zeugs, und so ein Zeugs, Zeug, Zeug. So ein Zeugs. Okay. Äh, ich frag euch einfach mal, ob ihr mich, ihr könnt mich ruhig anfragen, wie ein MSP. Und, ja. Ein Beispiel könnt ihr jetzt, äh, ähm, eine Anfrage schicken. Wäre sehr nett, wenn ihr mir ein Autogramm geben könnt, dann könnte ich Level 13 werden. Das wäre sehr nett. Das wäre super nett. Das wäre sehr nett. Nicht, 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 nicht. Und, ja. Ja. Was soll ich sagen? Äh, da, 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 da. Dann nehmen wir einfach mal das an. Ja. Ja. Äh, ähm, lippie, lippie. So, ble. Äh, ich würde euch bitten, was in die Computare zu schreiben. Das wäre sehr nett. Und, ja. Das wäre überhaupt sehr, 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 sehr. Sehr nett. Ja. Ja, das ist hier nicht so schön, was ich mache. Ja, das ist hier nicht so schön. Ja, ähm... Ja, ähm... Ja. Äh, werde ich jetzt aufgelockt? Ähm... Äh, 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 das soll ich machen? Äh... Äh, äh... Äh... Ähm... Äh, das klappt nicht mehr. Das kann nicht sein, das ist nur... Äh... Äh... Ich mach schnell einen neuen Account. Schnell, schnell, schnell. Warte, ich hab dir noch mal noch mehr Geld, Ich hab dir noch eine E-Mail bestätigt. Bitte, warte, ich guck ganz schnell, warte. Du hältst mich doch nicht, oder? Nein... Hier, guck mal, warte. Warte, schnell. Du fahr dich alles, ne? Okay. Ich hab dir das klappt auch. Ja, ich hab dir das klappt auch. Ich hab dir das klappt auch nicht. Ähm, das klappt! Gut... Der Mensch hat uns gerne. Ja, ich sehe es. Meine Klamotten hat sich aber nicht geändert. Scheiße, ich habe Angst. Ich habe jetzt ein neues Wasser zum K. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich mache sogar mein Herzchen aus, wenn du so fängst. Man sieht es aus, du siehst es. Ja, der ist gleich. Ich bin ausgelockt. Man, dann nicht schon wieder die Scheiße. Das ist kein Problem mehr. Wenn diese Scheiße alles weg geht, dann raste ich aus. Ich muss jetzt schnell einen Leinerkopf machen, dann kann ich sie anschreiben. Oh, mach es schneller. Ich mache schnell einen Akon, weil sonst wäre das so die Videos zu lang und ja. So, jetzt laden es. Ich muss ja voll schnell anschreiben. Ja. Ey, ich wollte doch nicht skype ich meinen Tettel hingeben, jetzt zuhause. Kann ich denn hier ein gescheites Video mal machen? Kann das auf dein Passwort? Ja, wie denn, wenn ich reinkomme? Ja, wenn du wieder reinkommst. Wieso guck er nicht mehr auf der E-Mail? Ich guck einfach, ob sie mir zurück schreibt. Aber da steht doch immer noch das gleiche Passwort an der E-Mail. So kommst du da nicht rein. Ja, ich komm nicht rein. Ich komm aber nicht rein. Und dann die E-Mails komm ich schon noch rein. Aber sie steht gefresset hat. Ich komm nicht rein mit dem Passwort. Ich probiere es nochmal. Okay. 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 Dafürst du mal rein. Okay. Hallo meine Lieben. Leute, ich muss euch jetzt was beichten, denn ich und meine Cousine haben diesen Hacking geplant. Sie hat gesagt, ich habe mich abgemacht, dann legt ihr das Video mal für euch. Ich würde einfach mal so spüren, als ob ich gehackt werde. Vielleicht ist es aufgefallen, wo meine Cousine gelacht hat. Und ja, tut mir leid. Ja, dann sage ich einfach, dass Baby tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.